Hallöchen zusammen, liebe Freunde, es ist entschieden, das neue Community-Play ist PlanetSide 2 und deswegen machen wir uns jetzt 4-6 Wochen, je nachdem wie lange, werden wir sehen an große Schlachten auf großen Schlachtfeldern. Ich hoffe, ihr seid dabei. Morgen geht's los, ja, diesmal wieder sonntags um 14 Uhr und da sprechen wir dann alles weitere ab. Welche Fraktion, welches Gebiet und so weiter. Kommt einfach vorbei bei Twitch. Wir sehen uns, macht's gut, ciao! Vielen Dank!